hi freunde und herzlich willkommen hier bei archie gaming floh wieder am start heute gibt es schon eine weitere squad battle challenges kommt heute das dritte video tatsächlich wir haben uns heute mittag schon um 16 uhr um 20 mal die gold upgrade spc gekümmert falls ihr das video nicht gesehen habt checkt es geht oben rechts ab oder am ende dieses videos außerdem haben wir uns und das könnt ihr links davon sehen ja heute um 20 15 um joshua kimmich schon gekümmert falls ihr dazu das video verpasst habt checkt es gern auf jeden fall auch oben rechts ab oder am ende des videos richtig geiler bundesliga ztm wie ich finde ich sage meine meinung in dieser ja in diesem video und ihr könnt da gerne bei der abstimmung auch mitmachen also checkt das video ab und ich bin gespannt auf eure meinung zu joshua kimmich aber nicht nur die beiden squad building challenges haben wir heute schon in angriff genommen nein wir werden jetzt auch uns um die shapeshifter challenge kümmern warum ihr seht es es geht um ein 50k set ein 50k set ja es ist untradable aber ein 50k set für ungefähr fünf sechs sieben tausend münzen oder ihr könnt es halt wie gesagt sowieso mit den spielern die im verein habt ganz easy machen ich zeige euch eine lösung die könnt ihr eins zu eins nachbauen wenn ihr bock habt also ohne loyalität und dann würde ich sagen starten wir ein shapeshifter challenge mit folgendem was da steht zwei tage verbleibend schließe diese shapeshifter challenge ab bevor die zeit abläuft man kennt es ja bei diesen challenge spcs wir kennen das von der winter refresh challenge und so weiter und so fort und wie ich finde jetzt endlich mal eine shapeshifter challenge mit einem richtig richtig geilen pack reward und deshalb wenn wir das ganze heute ihr sitz vielleicht auch schon im titel oder zum teil nicht nur einmal abschließen sondern direkt zweimal ja einmal hier auf dem spc account und auf dem haupt account insofern weil euch das ganze heute wieder gefällt mit dem 50k set wissen was zu tun ist das video gerne supporten daumen hoch 300 likes gibt es hier raus ihr könnt natürlich auch gerne mehr likes die auf dem video da lassen also nach oben hin ist natürlich keine grenze gelassen insofern ja würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr der support zeigt und falls ihr keine weiteren täglichen squad building schluss mehr verpassen wollt gerne auch den abo button klicken wenn ihr uns supporten wollt auf den weg zu den 40.000 abonnenten also jetzt heißt es für euch zurücklehnen holt euch was zu essen oder zu trinken es wird auf jeden fall hoffentlich geil 250k sets ich hoffe auf eine shapeshifter karte oder irgendwas geiles ja und dann würde ich sagen starten einfach mal rein shapeshifter challenge wie sieht das ganze überhaupt aus ihr wollt ja wissen wie kann man das ganze lösen und zwar haben wir folgende challenge bedingungen liegen maximal fünf dann spieler aus der liga maximal fünf dann spieler aus einem verein maximal zwei und selten oder uff hat chip es liegt selten mindestens sechs rating nur eine 76 und team schmied mindestens 85 das hat mich eben schon bei dem kind bei der kimmich spc habe ich schon gesagt wow also damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet und wie gesagt es ist wirklich ganz ganz easy wie geht ihr vor ihr seht hier einmal die formation es ist ein 4 3 3 ihr geht einfach links theoretisch könnt ihr auf eine liga gehen rechts auf eine liga und dann unten in der defensive nochmal aber ihr könnt natürlich theoretisch auch in eine komplette nation gehen ja da gibt es keine maximale oder mindestbegrenzung was nationen das ganze angeht das wäre theoretisch auch eine möglichkeit wie ich das ganze jetzt mache zeige ich euch kurz ich habe mich dafür entschieden dass wir jetzt erstmal in die liga gehen und zwar wenn wir folgendes machen wir stellen rein einen torhüter aus der liga und zwar ist das direkt der erste seltene mit einem mondi dann haben wir zwei innenverteidiger auch das sind zwei seltene der jay und andre girotto ich zeige euch gleich auch noch mal die namen da auf jeden fall keine angst und dann im zdm haben einen weiteren und zwar in sonst sie ihr seht alles gelbe links aber überhaupt kein problem denn links geht es jetzt weiter mit folgenden spielern wir gehen raus aus der liga und zwar gehen wir rein in die spanische la liga santander linksverteidiger stellen wir da rein das ist ein non rare und als linken flügel haben wir ein argentinier das ist wargas und der kommt aus folgendem verein espanol barcelona und dieser verein findet sich im zm wieder und zwar ja kombiniert er den linksverteidiger und den linken flügel ihr seht es hier espanol barcelona und spanien der zm victor sanchez ganz ganz easy und die grünen links zum linken flügel aber auch zum linksverteidiger ja und weil der linke flügel argentinier ist gehen wir hier mit der nation weiter und zwar mit der argentinischen logischerweise und da finden wir einen de paul der ist sogar mittelstürmer ihr könnt natürlich auch stürmer hier reinstellen wisst ihr ja bescheid aber weil de paul aus der italienischen liga ist gehen wir auf der calcio a oder serie a oder wie man es auch immer nennen möchte und stellen hier unsere drei serie a spieler rein ja und zwei davon sind non rare und ihr seht wir haben jetzt fünf selten am start ein selten brauchen wir noch deshalb können wir jetzt keinen non rare hiervon nehmen sondern wir nehmen folgenden spieler mittelfeld und stellen parole ein das kann natürlich jeder andere italienische spieler sein warum sage ich das euch ihr seht oben links 78er rating haben wir jetzt ein bisschen overkill vom rating aber team schmie auf jeden fall 93 und wir haben folgende nicht erstbesitzer am start den torhüter die beiden innenverteidiger und de paul der rest sind erstbesitzer trotzdem könnte das ganze 1 zu 1 nachbauen aber wie gesagt das sage ich euch auch immer einfach nur ähnliche prinzip anwenden ich zeige euch von welchem prinzip ihr das ganze aufbauen könnt und dann einfach eure spieler im verein nehmen und vielleicht sogar den ein oder anderen für 700 800 münzen einfach dazu kaufen und dann wird das ganze auf jeden fall auch gar kein problem so welche spieler geben wir jetzt ab wir geben das ganze nochmal kurz durch checken hier ja wohl das läuft alles checken das ganze mal ab also mondi 800 münzen habe ich den eben gekauft für dann haben wir erstbesitzer kalabria am start andre girotto 900 münzen habe ich gekostet auch genauso den aje dann haben wir ruben duarte erstbesitzer tauschbar an schwelle will dann entspannt sie also natürlich auch gerne an schwelle bespieler abgeben parolo ebenfalls für mich untauschbar dann haben wir tauschbar victor sanchez 400 münzen hat mich damals depot gekostet also auch so viel gar nichts gerade die rechter flügel und linker flügel ist dann vaga es auch eher an tradable ja und denkt dran natürlich auch spieler verkaufen was könnte also gestiegen sein natürlich die top nation allem abchecken gold karten generell sowohl die seltenen weil man sechs seltenen braucht als auch natürlich die nonware linke links verteidiger rechts verteidiger innen verteidiger alle positionen die auch hier mal drin sind gerne abchecken ganz ganz wichtig ja dass ihr das auf jeden fall auch noch mitmacht so können natürlich auch noch coins rausziehen so tippt der challenge damit abgeschlossen ein träumchen seltenes spieler pack untauschbar ja man kennt es und ja es ist ein 50 krasser das erst mal so gefühlt wirklich mal eine richtig richtig geiles quad bei die challenge wie ich finde was ist eure meinung dazu also da gönnt ihr auf jeden fall da könnt ihr ihr auf jeden fall da kann man auf jeden fall nichts gegen sagen und damit würde ich sagen machen wir das erste 50 krass hat auf bitte kommen drei zwei eins und apropos vorwärts set aufmachen ihr schreibt natürlich gerne auch in die kommentare was habt ihr in diesem 50 krass hat gezogen das natürlich alles sachen die mich interessieren also wir machen es auf in drei zwei eins abfahrt kommt schon ihr erstes 50 krass hat gönn einfach kommen die es uns mit dem wand oder walk out es wird ein band oder walk out spieler ist wird nur eine wand brasilien zdm da habe ich jetzt immerhin auf dem 85er gehofft es wird ein 84er lukas leiva ja gut das war natürlich jetzt schon mal ein griff ins klo so gefühlt also 84 zdm lukas leiva das geht definitiv besser insofern hoffe ich natürlich dass ihr auf jeden fall mehr peckler gehabt oder hattet je nachdem aber die oberen immerhin immerhin 284 er trotzdem ja ich meine die kleins die coins sind so oder so natürlich wieder rausgeholt da muss ich euch nichts zu sagen alle spieler die werden wieder in spcs benutzen können die anderen haben wir hoffentlich tradable jawohl perfekt und damit ja war das das erste 50 krass hat das zweite folgt jetzt sofort also ab auf den haupt account let's go so und da ist die shapeshifter challenge nummero zwei mal gucken was wir jetzt hier wunderbares abgeben können müssen wie auch immer wir steigen jetzt einfach auch mal hier mit der ligand rein und gucken ob wir ein torhüter haben das sieht auf jeden fall schon mal sehr gut aus likom einfach mal als franzose 82 rating mäßig natürlich auch schon mal top da dann nehmen wir hier zwei spieler kehrer und wie heißt der andere maripan z dm mal gucken was im gleichen prinzip hinbekommen ja guck mal eine z m position beziehungs mittelfeld generell also da dürften wir schon noch andere haben zum beispiel paredes auch nicht so schlecht also das passt doch schon mal link mäßig mehr als perfekt und dann auf der linken seite gehen wir in die nächste liga also in welche liga gehen wir das ist die große frage gehen einfach auch mal mit der la liga vielleicht oder der bundesliga ich weiß nicht wen haben wir denn hier am start als linksverteidiger premier league gut linksverteidiger anscheinend generell halt irgendwie nicht gefühlt welche da gucken wir mal ob da welche sich anbieten die low rated sind easy rein zu bekommen nicht so wirklich vielleicht stellen wir auch in zwei gleichen innenverteidiger mit rein mal schauen aber wir müssen natürlich auch gucken dass wir die seltenen abhaken mckenny zum beispiel wäre eine option ja dass wir da irgendwie mit die bundesliga gehen vielleicht haben in raschica oder sowas hier haben wir sogar in raschica also dann gehen wir hier einfach mal in die bundesliga auf der linken seite das wird auch gar nicht so schlecht mittelstürmer bundesliga bietet sich da irgendwas an ja raffael nice brasilien und dann gehen wir einfach unten die letzten drei slots machen wir dann mit brasilianern voll also schauen wir mal welchen verteidiger aus der bundesliga der dann hier als linksverteidiger einstellen kurz mal schauen wen haben am start bender als rechtsverteidiger theoretisch sagen nee wäre noch da der bringt natürlich den link ja das perfekt eigentlich zu mckenny und das haben wir schon viel zu viele seltener eigentlich das brauchen wir theoretisch auch nicht gucken wir mal weil wir ein paar non real low rated karten haben aus der bundesliga sieht aber nicht so aus ist aber auch kein problem für mich jetzt hier mehr seltener abzugeben überhaupt kein problem und dann gehen wir jetzt einfach in die brasilianische nation rechter flügel kann gerne mal bleiben ja hier an raffinia zum beispiel ist auch ligand aber einen durften wir davon auch abgeben insofern das nicht weiter schlimm dann mittelfeld brasilien bieten sich da irgendjemand an ja zusatz zum beispiel zack haben wir das auch fertig und wir haben schon alles abgehakt wie ihr sehen könnt insofern ist es jetzt theoretisch egal wie wir hier abgeben also ich gehe mal zu den torhütern brasilien bietet sich keiner an das heißt wir stehen jetzt einfach irgendeinen rechtsverteidiger hier rein und gucken wahrscheinlich reicht sogar ein bronzenspieler raus deutscher zum beispiel der noch zu kehrer linkt ja das ganze könnte jetzt nicht eins zu eins nachbauen aber ich sehe zum beispiel jetzt einfach mal ein beispiel ja ich bin jetzt einfach nur komplett im verein durchgegangen ja und ihr seht alles sind erstbesitzer und es ist wirklich ganz ganz easy ganz ganz entspannt dieses 50k set sich abzuholen da gibt es wirklich gar keine probleme klar ich gebe jetzt ein paar mehr ab geht die die selten sind aber ihr seht auch ein paar antragspieler waren da mit dabei zwei tage verbleibend habt ihr für die squad building challenge also ich würde auf jeden fall euch empfehlen diese squad building challenge einfach mal mitzunehmen 50k set kann immer was drin sein ja man kann immer packlack haben insofern würde ich sagen einfach mal mitnehmen jetzt machen wir kurz hier das bild für das thumbnail und ja wie gesagt schreibt mir gerne in die kommentare währenddessen was ihr drin hat jetzt in dieser shapeshifter challenge in diesem pack in diesem 50k set oh yes baby das wird einfach nur richtig richtig nice hoffentlich also kann das ganze noch getoppt werden ich hoffe ja zweites 50k set für dieses video und wir machen es einfach auf wir machen da was straight auf wir machen da was auch warum auch nicht kommt dies uns wand oder walkout wird es es wird wieder ein relevant oh mein gott holland ztm es wird einfach 83er blind das ist bitter das ist bitter es war aber ein versuch wert es war ein versuch wert und ihr seht hier wirklich alles egal ob ich was gutes ziehe oder was schlechtes ja das ist einfach so und jetzt kommt mir bitte nochmal damit in die kommentare youtuber lag youtuber lag nein das gibt es einfach nicht entweder meiner pecklack oder nicht aber nur weil ich jetzt hier irgendwie einen youtube channel habe habe ich nicht direkt besseres pecklack ihr seht es jetzt hier blind strakoscha belotti also ne das sind keine fake packs oder sonst auch irgendwas ihr wisst bescheid ja ihr seht hier alles egal ob gut oder schlecht und damit ja soll es das auch wenn es ein bitteres ende ist das video hier jetzt zu ende sein ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen wenn ja zeigt support auf dem video mit einem daumen nach oben auch wenn das jetzt hier wieder mitleid likes like wird von euch ja schade was hat ihr in eurem 50k set schreibt es mir rein hattet ihr mehr pecklack ich kann es mir fast schon vorstellen und auf jeden fall damit reingehauen bis zum nächsten mal bis morgen morgen geht es weiter mit dem frischen content von ea insofern reingehauen bis zum nächsten mal euer flo von archie gaming tschau leute ja 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 ja